Der VfL Bochum und der 1. FC Heidenheim trennen sich 1 zu 1 am Ende. Ein Punkt, denke ich, mit dem die Heidenheimer sehr zufrieden sein können. Ist ein wichtiger Punkt zum Ziel Klassenverbleib und ich denke, das wird auch klappen. Da bin ich mir zu 99 Prozent sicher. Die Bochumer, für die ist das ein bisschen wenig. Sicherlich kann man sagen, man ist nach Rückstand zurückgekommen und das ist ja auch richtig und wichtig. Aber Mainz hat nur noch einen Punkt Rückstand und das wiederum ist nicht so erfreulich, denke ich, für die Bochumer. Die ja auch heute zwei Tore aberkannt bekommen haben. Sehr, sehr bitter. Dann Asano noch sehr die Latte getroffen hat. Also ist schon viel Pech dabei für die Bochumer 0 zu 0. Der Halbzeitstand, auch in der zweiten Halbzeit fand ich Bochum besser. Hatten mehr Ballbesitz, hatten mehr Möglichkeiten und trotzdem war es dann die Heidenheimer, die in Führung gegangen sind, weil Schlotterberg ein Eigentor in Slapstick-Manier erzielt hat. Bitter für ihn, man hätte jetzt argumentieren können, ja lass den Ball doch durch, aber dann steht der Kleindienst hinter ihm und haut das Ding wahrscheinlich rein. Also ich finde, da kann man Schlotterberg keinen Vorwurf machen. Es ist bitter, es ist einfach nur bitter für ihn, für den VfL, der ja im Moment sowieso eine sehr schwierige Phase durchmacht. Die haben sich aber nicht aufgegeben und haben dann kurz vor Schluss nochmal eine Ecke bekommen. 90. Minute, Ecke kommt rein und ausgerechnet Kevin Schlotterberg macht das 1 zu 1. Der das Eigentor erzielt hat, ausgleichende Gerechtigkeit oder vielleicht sollte es auch so sein, man weiß es nicht. Der Kopfball ist zu hart, der Torwart war noch dran, aber den kannst du nicht halten. Viel zu hart, viel zu platziert und dabei blieb es dann auch. Auch die Bochumer hatten in der Nachspielzeit noch eine riesen Chance durch Passenz, ja. Es lieb aber beim 1 zu 1 und ich würde sagen, für die Bochumer ein bisschen zu wenig, für Haldenheim okay. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.